So Leute, weiter geht's mit Let's Play Call of Duty 4. Wir müssen jetzt hier die Codes finden. Die Codes finden, um diese ganzen Raketenaktionen von den Russen abzubrechen. Wirklich hier Showdown des Spiels und wie so Lex gerade so. Schau mal ein 80-Gerät an. Boah, das hat doch direkt viel mehr Style. Oh, das ist ein Kollege. Uh, lecker. Wenn wir jetzt hier in der Gruppendusche, dann haben sich aber ein paar Leute nach der Seife gebückt hier. Kollegen. Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abrufcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch elf Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Ach, noch elf Minuten, alles klar. Ist ja entspannt. Gut zu wissen, dass in elf Minuten die Küste am Arsch ist. Oh, jetzt tut mir leid, aber ich muss gegen meine Prinzipien verstoßen und Planetenwerfer benutzen. Ja, lieber einmal Granatenwerfer benutzen, anstatt dass hier die Küste untergeht. Oh, meine Maus, meine Maus. So, jetzt geht's wieder. Ja, die hießen, liegen überall neue Schuhe rum oder so. Copy Paper. Zehn Minuten. Ah, meine Maus. Ey, meine Maus spinnt, Leute. Das ist keine Kabelmaus. Doch, das ist eine Kabelmaus. Nehm, keine Funkmaus. Deswegen verstehe ich das nicht. Sie ist jetzt schon ein paar Jährchen alt. Eine der geilsten Mäuse, die es gibt. Deswegen verstehe ich die ganzen Faxen hier auch nicht. Okay. Hier lang. Was zum... Ich hab ihn doch gemessert. Ein hässlichen Knecht. Wieso kommen jetzt auf einmal... Ah, es laggt, es laggt wie Sau. Ach Gottchen. Wieso muss es ausgerechnet jetzt zu laggen? Oh, Mann, Leute. Es tut mir leid. Ich hoffe mal, das hat sich gleich wieder. Einen Moment. Ja, wenn wir Glück haben... War es das jetzt erstmal mit den Legs? Anscheinend aber nicht. Oder doch? Ja, jetzt geht es wieder einigermaßen. Ey, wieso muss ich mich eigentlich mal umdrehen? Wo sind eigentlich meine Kameraden hier? So. Eat you. Oh, das sieht schon episch aus. Ja, nur noch zu. Aua, meine Augen. Ja, das merke ich auch. So, komm, mach hinne. Geht doch. Will da eine Typ mir jetzt ernsthaft auf den Sack gehen? Ich mach gleich eine auf Rambo und renn einfach durch. Oh, Gott, ey. Sie haben noch elf Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Ach was, jetzt nochmal alles von vorne? Ja, nee, ist klar, ey. Leck mir mal der Eichel. So, guck, das ging jetzt alles schon wesentlich schneller. Da war auch noch einer. So. Ah, wo ist auch die Schnauze? Locken das und dann war es das auch alles schon hier. So. Und ja, natürlich, wieder genau die Granate reingelaufen. Ey, ich hasse es. Scheiß Granate. Das ist das aller, aller Schlimmste in dem ganzen Spiel. Ich hasse es so sehr. Als Moral, du Russe. So. Also. Oh. 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 Okay Oh, irgendwie ist der Soundgab ein bisschen am Eskalieren, kann das sein? Machen wir hier runter Und ja Oh, ich höre jetzt einfach alles hier, was ich habe Nee, ich kenne mich lieber hier durch, weil meine ganzen Kollegen auch sind Oh Gott, und jetzt fängt es natürlich wieder an zu lenken Tut mir leid, Leute Einen Moment So, jetzt müsste es eigentlich besser sein Eigentlich Ey, fuck mich nicht ab, du Hurensohn, Alter Ja, immerhin wird jetzt hier gespeichert Wieso gerade eben nicht? Das gibt es doch gar nicht Mein Gott, ey Jetzt hätte ich eine Granate sonst wo entstecken, ey Leute, ich war doch hinter Deckung Das kann doch gar nicht wahr sein Das kann doch jetzt hier alles nicht wahr sein Und haben mich so auf ein episches Ende gefreut Und jetzt so eine Kacke Halt die Fresse, man Oh, jetzt einfach hier mal durchlaufen, ey So, kommt Dankeschön Das einzige, womit sie mich bezwingen können Sind letztendlich Legs oder Granaten Ohne die Legs und ohne Granaten Wäre ich jetzt hier schon längst durch Für die ganze Zeit du diese scheiß Granaten soundst Wo war da denn jetzt einer Ach ja, jetzt ist irgendwas hier auch noch ausgegangen Wahrscheinlich meine Maus Und, äh So Leute, jetzt schaffe ich es aber Komm raus Komm raus, du Muschi, Alter Komm raus Ich drück dir so einen Headshot, Alter Bastard, ey Jawohl, voll die Fresse mit dem Gewehrkolben Gas-Masten-Typ, ey Wir haben keine Zeit mehr Wir müssen uns sputen Mit Zeitreich locker eh, dicke Aua, meine Augen So Ich will einfach nur Nein, nein, wow Ich will einfach nur, dass so ein Scheiß Ja, Spiel gespeichert Fuck yes, man Fuck yes, Alter Ich will einfach nur, dass so ein Scheiß Ja, wieso gibt mir denn keiner Rückendeckung Mein Gott, ey So, okay Jetzt müssen wir uns hier einen Weg ausführen Und ich nehme links Natürlich kommt keiner von euch mit Ja, nee Ich muss mich gerade Ich konzentriere mich gerade richtig hart Ich will das jetzt ja Ja, wo Los, los, los Ist jetzt die Apokalypse oder was? Schnell, Junge Käpt'n Christ, Gas hier Wir haben die Sicherheitszentrale der Basis übernommen Wie ist der Status? Over Team 2, wir sind die Position Öffnet die Außentür zur Startkontrolle Verstanden, wir sind dabei So, Leute Und was uns jetzt erwartet Hinter der Sicherheitstür Sehen wir im nächsten Mal Also seid gespannt, wenn es weitergeht Mit Call of Duty 4 Kommt hier vorne Hopsi In diesem Sinne, Leute Tschüss, ciao, macht's gut Bis zum nächsten Mal